Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Galaxy. Ja, Mario macht ein Nicker-Schen, das hat er sich nach 120 Sternen auch verdient. Aber jetzt gehen wir erstmal in die Bibliothek und hören uns die Geschichte von Rosalina komplett an. Ja, Leute. Ich mach mal was leiser, damit das nicht schon wieder so schallt. Okay, dann lasst uns beginnen. Erstes Kapitel, zu zweit. Diese Geschichte ist schon so lange her, dass man sich kaum an sie erinnert. Auf einem kleinen Stern entdeckte ein Mädchen ein rostiges Sternenschiff. In ihm lebte ein kleines Sternkind. Das Mädchen fragte das Sternkind. Wer bist du? Was machst du hier? Dieses antwortete. Ich bin Luma und warte auf meine Mama. Oh, jetzt hab ich ja was nicht gelesen. Sie wartet auf dem Rücken des Planeten oder so. Ah, da kann ich's machen. Sie kommt auf dem Rücken eines Kometen, um mich abzuholen. Luma wartete schon eine ganze Weile, Tag und Nacht. Das Mädchen fragte das Sternkind. Wer bist du? Ach nee, das hatte ich schon. Oh, ich werde den Himmel für dich absuchen. Vielleicht finden wir sogar so deine Mama, versprach das Mädchen. Als es Nacht wurde, nahm das Mädchen das Teleskop seines Vaters und richtete es auf den Sternenhimmel. Stundenlang suchte es den Himmel ab, aber den Komete von Lumas Mama sah das Mädchen nicht. Und so wartete es mit Luma Tage, aus denen schließlich Jahre wurden, aber vergebens. Das Mädchen sagte solftens zu Luma, Weißt du, wenn das so weitergeht, werde ich hier rüber noch eine alte Oma. Doch dann hatte es eine Idee. Lass uns deine Mama suchen. Zusammen mit Luma brachte das Mädchen das Sternschiff wieder auf Hochglanz. Und bald bestiegen sie das Schiff und machten sich auf die Reise zu den Sternen. Die Suche nach Lumas Mama hatte begonnen. Zweites Kapitel Sternstaub Seit dem Beginn ihrer Reise waren mehrere Tage vergangen. Aber bisher hatten sie weder Lumas Mama noch einen richtigen Planeten gefunden. Alles, was sie zu sehen bekamen, waren trostlose Felsdumpensterne. Hätte ich gewusst, dass das so lange dauert, hätte ich mehr Marmelade mitgebracht, sagte das Mädchen seinen hungrigen Bauch reibend. Roggenbrot und Milch, Himbeermarmelade und schwarzen Tee, der nach Aprikosen duftete. Hatte es in seinen Rucksack gestopft, doch eine wesentliche Sache fehlte. Wie konnte ich nur Wasser vergessen, ich schussel, sagte es und ließ den Kopf hängen. Als Luma das sah, musste er laut lachen. Ich bin zufrieden, solange ich nur meinen Sternstaub habe. Wie wär's, probier doch auch mal. Darauf entgegnete das Mädchen wissig. Haha, das findest du wohl witzig. Aber wie es ihn so lachen sah, wurde das verdutzte Mädchen von seinem Lachen angesteckt. Du hast recht, ich nehme mir mal ein bisschen. Es zerrte das Schmetterlingsnetz seines Bruders aus dem Rucksack und die beiden begannen Sternstaub zusammen. Das Mädchen streckte sich dabei aus dem Sternenschiff, wobei es mehrmals beinahe aus dem Schiff gefallen wäre. Der Sternstaub schmeckt wie süßer Honig. Drittes Kapitel Der helle Stern Durch das runde Fenster des Sternenschiffes strahlte ein Licht herein, ob das die Morgensonne ist, die ich schon so lange nicht mehr gesehen habe. Als das Mädchen aus dem Fenster blickte, saß ein wunderschönen, zwartfarbenen, leuchtenden Stern. Das Mädchen weckte einen arg verschlafenen Luma und sagte, komm, lass uns zu den Sternen gehen und dort aussteigen. Der Stern, auf dem sie gelandet waren, war ganz aus leuchtendem Eis gemacht. Luma und das Mädchen liefen umher, aber Lumas Mama fand sie nicht. Schade, hier scheint deine Mama auch nicht zu sein. Das Mädchen ließ sich plumpst auf seinen Hosenboden fallen und blieb erstmal sitzen. Sieh mal, rief Luma auf einmal. Unter der Eisoberfläche, auf die Luma aufgeregt zeigte, war doch tatsächlich eine Menge Sternenstaub eingeschlossen. Klasse, oder? Luma schien stolz zu sein. Hier ist es trotz des Eises warm, beinahe wie im Paradies. Und Wasser gibt es hier auch. Die beiden entschlossen sich, für eine Weile auf diesem Stern zu bleiben. Sie überließen sich dem Fluss des leuchtenden Sterns und setzten ihre Suche nach Lumas Mama fort. 40 Kapitel Der Traum Das Mädchen hatte einen Traum von seiner eigenen Mama. Mama, wo gehst du hin? Die Mama kehrte ihm den Rücken zu. Das Mädchen hatte einen Traum von seiner eigenen Mama. Mama, wo gehst du hin? Die Mama kehrte ihm den Rücken zu. Achso. Lady Boy Die Mama antwortete, ohne sich umzudrehen, Ich gehe nirgendwo hin. Ich bin immer da. Am Mittag bin ich die Sonne, am Abend bin ich der Mond. Und immer sehe ich nach dir. Das Mädchen wurde so traurig, es war nicht zum Aushalten und fragte, Und wenn es regnet und weder Sonne noch Mond zu sehen ist. Die Mama antwortete mit einem Lächeln, Dann werde ich ein Stern und warte über den Wolken, bis du aufhörst zu weinen. Als es aufwachte, waren die Augen des Mädchens Tränen benetzt. Duma, der sich an es schmiegte, sagte, Aus deinen Augen fließt Sternenstopp. Das Mädchen trocknete sich die Tränen. Das ist kein Sternenstopp. So schön sind Tränen nicht. Wenn mein Traum stimmt, werden wir unsere Mamas nie wiedersehen. Dieses Mal fing Duma an zu weinen. Mama, Mama. Auf ihrer Reise durch das Sternenmeer begegneten sie zahlreichen Kometen, Aber Numas Mama war auf keinen von ihnen zu finden. Komm, hör auf zu weinen, sonst gibt es drei Tage Regenwetter. Das Mädchen nahm Numa sanft in die Arme. Das Mädchen nahm Numa sanft in den Arm und sagte, Wenn du aufhörst zu weinen, habe ich eine Belohnung für dich. Das Mädchen schloss die Augen und fließt zu sanft. Ich werde deine Mama. Fünftes Kapitel, das Haus. Hier kommt die Küche hin, hier die Bibliothek, Hier das Kinderzimmer oder das Mädchen schien in Selbstgespräche vertieft zu sein. Wenn wir zu zweit leben, will ich ein prächtiges Haus haben. Seit dem Tag, an dem es beschloss, Numas Mama zu werden, Arbeitete das Mädchen bienenfleißig. Unter dem Eis war nicht nur Sternenstopp eingeschlossen, Sondern auch lauter seltsame Werkzeuge und Möbel, Die sie noch nie gesehen hatte. Das Mädchen verwendete diese, um ein Haus zu bauen. Als du mal das fertige Haus sah, meinte er zögernd, Du, ist das nicht ein wenig groß für uns beide? Die Bibliothek, das Schlafzimmer, die Küche, das Badezimmer und zuletzt das Kinderzimmer. Alle Zimmer sahen wunderbar aus, aber sie wirkten auch etwas verlassen. Stimmt, Papa und Brüderchen sind schließlich nicht da und Mama auch nicht, sagte das Mädchen mit leiser Stimme, die auch traurig klang. Wartet mal, ich hab da wieder einen Satz vergessen. Dieses Haus war... Die auch traurig klang. Dieses Haus war für die beiden tatsächlich zu groß. An diesem Abend schlief das Mädchen im Sternenschiff, Seinen Plüchhasen fest im Arm haltend. Kapitel 6 Es geschah eines Tages, als sie den nach Aprikosen duftenden Tee tranken, als sie sich gemütlich machten, kam ein kleiner Aprikosenfarbener Stern langsam näher. Auf diesem Stern lebte ein Bruder von Luma. Nanu, bist du auch ein Sternkind? fragte das Mädchen, hoch erfreut über den plötzlichen Besuch, aber Luma schien etwas zu besorgen. Der herabgestiegene Luma war von derselben Farbe wie der Stern, auf dem er wohnte. Die beiden Luma näherten sich nicht, entfernten sich aber auch nicht, sondern starrten sich regungslos an. Das ist meine Mama. Als Luma das plötzlich aussprach, wiederholte der Aprikosenfarbener Luma genau diesen Satz. Das ist meine Mama, das ist meine Mama. Die beiden wirbelten im Kreis um das Mädchen herum und keiner wollte aufgeben. Das ist meine Mama, das ist meine Mama. Immer schneller wirbelten die beiden im Kreis um das Mädchen. Das ist meine Mama, das ist meine Mama. Ohne Anzeichen von Müdigkeit. Weil dieser Wortwechsel nur allzu niedlich war, fand das Mädchen, dies über die Maßen komisch. Es musste beinahe laut lachen. Von dem Aprikosenfarbenen Stern kamen nach und nach zahlreiche Luma. Rosafarbene, blaue, orange, gelbe und auch grüne. Das ist meine Mama, das ist meine Mama, das ist meine Mama. Wie die zahlreichen Luma so mit dieser Stimme riefen, konnte sich das Mädchen sein Lachen nicht mehr verkneifen. Was macht ich bloß mit so vielen Kindern? Die Luma betrachteten verblüffend das Mädchen, das sich vor Lachen den Bauch hielt. Das Mädchen sagte, okay, dann will ich mal jedem von euch einen Namen geben. Morgen, wenn ich damit fertig bin, den Luma Alarm zu geben, ist es Zeit, um das neue Haus umzuziehen, dachte das Mädchen. Siebtes Kapitel, das Teleskop. Als der hundertste Komet an ihnen vorbeigezogen war, dachte das Mädchen, ob der Stern, auf dem ich geboren wurde, immer noch blau erstrahlt. Plötzlich erinnerte es sich an Papas Teleskop. Als es durch Papas Teleskop blickte, war da ein winziger blauer Stern, kleiner als Sternenstopp. Als das Mädchen den Stern sah, dachte er es seltsam, er ist so fern und doch fühlt es sich so nah an. Als es das Teleskop mit einem Ruck neu einschnitte, wurde der blaue Stern immer größer und plötzlich war ein Hügel zu sehen. Diese Landschaft lief Erinnerungen wach. Eine Terrasse, um die Sterne zu beobachten. Da war der Hügel, auf dem das Mädchen einmal gelebt hatte. Dieser Hügel, auf dem es sich nachts die schläfrigen Augen reibend aufgerollt hatte, um mit Papa die Sterne zu betrachten. Dieser Hügel, auf dem es an einem Tag, an dem Schnee gefallen war, mit seinem Bruder den Schlitten über der Schulter geklettert war. Dieser Hügel, auf dem es an einem sonnigen, aber etwas windigen Tag mit Mama ein Picknick gemacht hatte. Und... Ich will heim, ich will heim. Die Luma wussten nicht, was vorgefallen war, und stand dem Mädchen, das plötzlich angefangen hatte zu weinen, ratlos gegenüber. Ich will heim, ich will heim, ich will heim in mein Haus, das am Fuße dieses Hügels ist, rief das Mädchen mit Tränen über strömt im Gesicht. Ich habe es gewusst, Mama ist nicht in der Welt der Sterne, denn Mama ist... Ich sterfe doch unter dem Baum auf diesem Hügel. Nachdem das Echo des Schreis des Mädchens verheilt war, wurde das Tod still in der Umgegung, als ob alles plötzlich zu Eis erstarrt wäre. Kapitel 8 Lumas trauriges Gesicht verwandete sich in eine verfreudestrahlende Mine, und er sagte, ich will dir deinen Wunsch erfüllen. Ich werde ein Stern, eine Sternschnuppe, auf der du reiten und nach Verlieben reisen kannst. Kaum hatte er das gesagt, stieg Luma in ein grelles Licht gehüllt zum Himmel empor, doch ehe man sich versah, kam er wieder gegen Erdboden heruntergefallen. Rumsbumms, vom Kern des Sterns her wurde die Erdoberfläche kräftig durchgeschüttet und aus dem Loch, in das Luma gestürzt war, drang ein grelles Licht und er gott sich über den Stern. Als der Lichtgürte sich rundherum drehte, wurde er zu einem prächtigen Kometenschweif. Luma war als Stern wiedergeboren worden. Das Mädchen verstand nicht, was da vor seinen Augen vor sich ging, es sagte immer nur, was, was? Da erschien ein weiterer Luma und sagte, wir Luma wurden geboren, um Sterne zu werden. Ein grüner Luma sagte, nach Möglichkeit will ich für das Lächeln einer mir wichtigen Person zu einem Stern werden. Ein blauer Luma sagte, er ist glücklich, denn er ist ein sehr schöner Stern geworden. Die Luma sagte im Chor, deshalb Mama weine nicht mehr. Danke, sagte das Mädchen mit kaum hörbarer Stimme, denn umarmte es die Luma. Seit diesem Tag floss kein Sternstaub mehr aus den Augen des Mädchens. Der Komet nahm seinen Schweif stolz hinter sich, er ziehend kurz auf die Heimat des Mädchens und bewegte sich durch das Sternmeer vorwärts. Letztes Kapitel Familie Zahlreiche Luma und zahlreiche Teleskope befanden sich auf dem Kometen, der wirklich hübsch war. Die Luma und das Mädchen waren stolz, ihn ihr Zuhause zu nennen. Es fanden sich immer mehr Luma ein und die Zeit verging wie im Flug. Heute gab es ein Willkommensmal für die neuen Freunde. Das Mädchen versammelte die Luma und sagte mit lauter Stimme, Nun ihr alle, heute wollen wir Brot backen, ein mit Sternstaub üppig bestreutes Sternstaubbrot. Ich habe jetzt nicht weiter geguckt, scheiße. Die Luma waren außer sich vor Freude. Alex liefen sie und holten die Zutaten. Das Mädchen dachte bei sich, Ich will für immer bei diesen Kindern bleiben. Bis zu der, oh was sollte das denn jetzt? Bis zu dem Tag, an dem sie flügge werden, soll keiner von ihnen einsam sein. Wenn der Tag des Abschieds kommt, will ich sie mit einem Lächeln verabschieden. Das ist das Glück einer Mama. Die kann fliegen. Das Mädchen schloss die Augen und dachte an den blauen Stern, der von einem weichen Licht umhüllt war. Ach Gott, das nervt doch mit dem scheißen Nantschak, der von einem weichen Licht umhüllt war. Aber einmal in 100 Jahren will ich zu diesem blauen Stern zurückkehren und im Dunkel der Nacht die vorbeiziehenden Sterne beobachten. Der Komet, auf dem die Luma und das Mädchen ritt, setzt seine Reise fort. Der Komet beherbergt mittlerweile eine so große Familie, dass man ihre Mitglieder gar nicht mehr zählen kann. Und noch heute zieht er einen weißleuchtenden Schweif hinter sich her und einmal in 100 Jahren besucht er den Heimatstern des Mädchens. Und die ist dann so nicht tot. Ende. Ja. Damit ist Mamas Geschichte zu Ende. Ja, Leute, das war doch sehr interessant. Ich würde sagen, jetzt wissen wir, wie das hier alles passiert ist, wie die ganzen Gebäude erbaut wurden, etc. Und ich würde sagen, dann im nächsten Part endlich den letzten Fight. Der nächste Part wird das große Finale ziehen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part von Let's Play Super Mario Galaxy. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.